Hallöchen meine lieben Freunde da draußen, willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Ich hoffe ihr habt genauso Bock wie ich. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst euch ein kostenloses Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall tierisch supporten und freuen und dann würde ich sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall kurz warten, bis diese Leute wiederkommen, ist ja klar. Und die Liabelle ist der Sheriff. Nur damit ihr es wisst. Sie hat sich nur gerade umgenannt. Ich bin gespannt, ob Kev noch kommt oder ob der nicht kommt. Und ich bin gespannt, ob wir wieder coole Leute treffen, so wie letztes Mal. Hoffentlich werden wir mal ein Poster, damit es spannend wird. Wir warten jetzt auf jeden Fall, bis die Lobby voll wird und dann geht es direkt los. Bis gleich. So, nachdem wir wieder eine freshe Truppe am Start haben, würde ich sagen, genau, go. Jetzt starten wir erstmal. Ganz genau, der Kanal heißt Knorrel Gaming. Du bist einfach ehrehaft. Grüße gehen an dich raus. Und ich bin... Ich bin... Schade. Ich möchte so gerne mal ein Imposter werden. Aber wir sind natürlich die langweilige Besatzung. Na ja, nützt alles nichts. Dann gehen wir unsere Routine mal wieder. Oder? Nein. Diesmal gehen wir nicht unsere Routine. Diesmal laufen wir anders. Oh, wir haben das bei den Waffen. Dann können wir sagen, wir sind keine Imposter. Ey, Jungs, guck mal. Perfekt. Das geht ja gut los. Cafeteria. Lila kam aus... Aus Wendor. Sie sagt Self. Dann schreiben wir einfach mal, das stimmt. Weil sie war ja mit mir. Nur was machen wir jetzt, ist halt die Frage. Norbert lügt. Ja, und wer jetzt? Wen sollen wir jetzt voten? Das ist jetzt... Die voten alle und... Ja, aber wen sollen wir jetzt voten? Alles klar. Ja, komm. Skip. Ähm, irgendwas können wir... Oh. Das war ja geil. Dann schreiben wir gleich mal direkt... Direkt am Tisch. Warum ich? Ich bin's doch gar nicht. Weil ich bin's halt wirklich nicht, aber... Wir schreiben einfach mal... Wir schreiben jetzt... Ich weiß ganz genau, was wir schreiben. Ihr könnt gerne voten. Ihr könnt gerne voten. Ihr könnt gerne voten. Ich bin's. Aber trotzdem halt nicht. Ich glaube, ich vote jetzt Conny. Schräg. Schräg. Sehr schräg. Ja, Conny. Schwierig. Ja, ganz genau. Aber mich beschuldigen wollen, gell? Ja, ja. Hauptsache, ich bin der Schuldige. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz zu den Schilden. Alles klar. Das habe ich leicht verkackt. Dann gehen wir jetzt kurz hier hoch. Und sie ist natürlich wieder im Start. Wir müssen ganz kurz das hier machen. Und da siehst du auch die Animation, ne? So, Aufgabe erfüllt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch in Elektrik. Optimus. Ach man, ne? Okay, kurz überlegen. Wer könnte es sein? Ich spekuliere gerade im Kopf, wer es sein könnte. Bubbles ist ein bisschen... Sus. Nur so ein bisschen, aber... Oh. Ich dachte gerade, er bringt versummt. Wir wissen's. Wir wissen es. Kerrigan. Ich hab's gesehen. Also, er kam mir entgegen. Wie soll ich sagen? Er kam mir halt entgegen. Er kam mir halt entgegen. Und dann geh ich halt davon aus, dass er es halt ist. Aber gut, vorm Wandler ist an. Da hat er recht. Schwierig. Wen votet ihr? Ja. Alles klar. Der Herr wen jetzt? Egal, ich vote einfach. Kerrigan. Wenn du's nicht bist und einfach nur vorm Wandler, tut mir echt leid. Ach, tut mir leid. Dann war's vorm Wandler. Dann war's echt ein vorm Wandler. Okay, wir müssen zum Antrieb. Und zum Admin. Wir gehen einmal ganz kurz bei den Camps gucken. Oh, da ist ne Leiche. Blau. Wer war blau nochmal? Egal, wir gehen kurz hin. Komm mit. Oder sie wird gefunden. Ich glaube Abdul, weil der ist so leise. Oder Kiwi. Natürlich kann ich mich auch irren. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Bin für brauner Standort. Abdul, irgendwie sass. Das ist irgendwie sass. Ich vote ihn einfach mal. Tut mir leid. Tut mir leid, Abdul. Aber das ist das, was hasst. Wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich Kiwi. Oder Optimus. Ach, Mann. Okay, er ist es auch nicht. Schwierig. Sehr schwierig. Okay, wir gehen jetzt einmal hier eine Runde. Gehen zu den Camps. Und dann gehen wir zu Admin. Vielleicht sehen wir hier ja, ob jemand was macht. Optimus kommt zu mir. Ich weiß nicht. Entweder ist es Optimus oder Kiwi. Ich glaube. Ich glaube. Nur glaube. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, warum schreibe ich es mit V? Ich dumm. Kiwi. Meine Güte mit V. Wie dumm. Nein, nein. Mach mal Kiwi. Mach einfach mal Kiwi. Wenn nicht, dann ist es Optimus. Sorry Kiwi. Wenn du es nicht bist, dann ist es Optimus. Und. Ja. GG an der Stelle. GG und ich hoffe, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Und natürlich sind wir wieder Besatzung an der Stelle. Das wird doch immer spannender mit dem Ganzen hier. Okay, Kiwi, du warst letzte Runde Imposta, also bist du gleich. Ich weiß nicht. Ist man dann noch verdächtig oder nicht mehr? Ein gewisses war es eigentlich schon. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen uns jetzt überlegen, was wir als erstes machen. Wir gehen jetzt erstmal kurz zu dem Reaktor. Zu dem Reaktor. Oh, die Scheiße. Oder auch doch nicht. Auch nein, nicht siehe. Nicht Sheriff. Dark Cat. Dark Cat. Achso. Ja okay, dann voten wir einfach mal Dark Cat. Komm, wenn sie es halt nicht ist, dann ist es halt so. Jetzt bin ich gespannt, ob sie es ist oder nicht. Ja. Wir haben Formwandler. Juhu, alle auf Dark Cat. Ja. Sie war ein Verräter, also wollten wir doch gleich alle. Jetzt ist nur noch einer. Wir gehen ganz kurz zu den Camps, um zu gucken. Abdull. Ein Ingenieur gibt es. Ich weiß nicht, war das ein Ingenieur. Willst du mich umbringen oder wie? Wir machen jetzt einmal ganz kurz die Schilde. Einmal kurz den Download. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. War ich das? Hey! Gut gemacht? Was meinst du jetzt mit gut gemacht? wie heißt der youtube kanal ich kann es dir gerade nicht sagen sorry ich würde jetzt am liebsten gerne sagen wenn es aber ja 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 tschau ehre geht an dich raus conny ehre stimmt für abdul warum conny meine güte ja einfach ja warum 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 conny so einfach warum jetzt müssen wir uns überlegen was wir machen weil wir sind jetzt ein geist jetzt müssen wir uns überlegen was wir machen weil wir sind jetzt ein geist können wir ja nicht mehr viel machen wir gucken jetzt so dieser abdul ist dann gucken wir wie er reagiert wenn wir die anderen beschützen perfekt haben wir beschützt was für leo es ist ganz einfach abdul meine güte sind die eigentlich warum erklär mir warum warum ja die schießen sehr rein wie du es gerade sagst eben er hat doch den ersten imposter rausgekickt abdul ja jetzt haben sie gewollt jetzt kann man eh nichts mehr machen ein paar sind aber noch da jetzt vor und kommen die haben echt leo gewartet das glaube ich doch gar nicht traurig leo sagen gleich mal ich weiß auch nicht was das soll ehrlich gesagt ich weiß es nicht da ist abdul was macht er jetzt bringst du nicht um noch macht er nicht ja komm was soll das das wird doch langsam echt lächerlich du suchst einfach nur nach leuten mehr machst du nicht ach man als geist ist es so langweilig wo ist er jetzt wo ist er ich habe ihn verloren das glaube ich ja gar nicht und mein armer roboter guck mal wie traurig der schutzengel hat jemand beschützt babbelts also wir schreiben jetzt mal hoffentlich jetzt hoffentlich kriegen dies jetzt endlich mal raus ich weiß nicht wer ihn beschützt hat ich habe keine ahnung ja ganz genau stand bei mir auch das stand bei mir was für skipp mach doch einfach abdul oder abdi warum babbelts die längste runde ever okay wir müssen uns jetzt überlegen was können wir noch als geist machen wir könnten unsere aufgaben noch machen dann wird es vielleicht ein taschen unser armer armer roboter der legt sich einfach dahin und ist traurig das macht mich traurig ich bin ja bald wieder da ich bin ja bald wieder da arme tier vor allem tier okay solange wir ja nichts machen können in dem sinn machen wir einfach unsere aufgaben weil was anderes macht ja gerade keinen sinn dann kriegen wir vielleicht sogar noch ein task win ich muss da die schnauze halten sonst schaffe ich es einfach nicht oh man ja eben wie er sagt macht eure aufgaben zu ende dann schaffen wir es vielleicht sogar noch diesen task holen wie schlecht von ihm wir fragen mal warum weil das war jetzt schlecht jetzt können wir nichts mehr machen wo ich bin warte ich suche dich ich suche dich ich suche dich hier bin ich ach meine güte kommt doch jetzt das geht mir langsam richtig auf den keks wir schreiben ganz kurz macht eure aufgaben weil dann kriegen wir vielleicht sogar noch ein task und weil das wird langsam langweilig die ganze zeit nur so rum zu stehen weil wenn sie ihre aufgaben machen dann kriegen wir brauchen nicht mehr viel weil der ist total schüchtern der macht ja gar nichts und tot ne weil der kamera ist ich hasse das geist zu sein ok ich hasse es und dieser abdul ist so was von schüchtern ok ich komme ok 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 achso jetzt sagen wir mal ganz kurz dass sie kommen soll komm mit ja das ist wirklich traurig hier mein armer roboter da mein armer roboter mein roboter der arme wie er da hofft und einfach traurig ist ja eben der arme und der abdul macht gar nix das ist doch nicht wahr macht doch mal jetzt bitte eure aufgaben sie schreiben es noch einmal wir schreiben sogar sehr höflich ja ich weiß dass du fertig bist ich meine die anderen weißt du das nervt mich langsam dass man halt nichts machen weil ich kann nichts machen kann nix melden nichts das wird doch langsam langweilig und der abdul ist die ganze zeit mit nichts tun beschäftigt du bist der imposter macht doch mal was okay hier was für die zustauern okay jetzt bin ich gespannt und jetzt bin ich gespannt was sie bringt da gucken was sie bringen wird er geht auf jeden fall an dich raus echt süß schreibe einfach mal danke weil sowas ist nichts gar nicht selbstverständlich bitte babels macht keinen scheiß übrigens das ist sheriff und sheriff sowas ist nicht selbstverständlich danke dass du so was schreiben muss es tut mir sehr gut bitte mach aufgaben oder wort ihn raus ernsthaft meine güte es ist nicht babels vote abdul bitte vote abdul ach man ihr seid so dumm nein spaß ihr seid sehr schlau ich habe euch alle lieb aber nicht dings jetzt sie hat nicht wirklich bubbles gewartet oder und der sagt gar nichts perfekt natürlich haben sie babels gewartet warum macht er auch ein meeting und sagt nichts so unnötig wofür 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 wir schreiben einmal ganz kurz es ist abdul da ist er ja jetzt macht der meeting warum für was jetzt bin ich gespannt für was warum das ist schon ehrenhaft irgendwie es macht echt keinen sinn mehr es ist halt echt es macht kein spaß mehr langsam mein gut ach du kacke wow ups scheiße nein endlich haben wir diese runde geschafft hallelujah ich bedanke mich vielmals fürs zuschauen bei der langen runde jetzt das war eine sehr lange runde und noch einen wunderschönen tag ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder